Liebling? Ja? Machst du mal auf? Mach dir die Hände, Spatz. Wir essen gleich. Ich komm ja schon. Ja! Los! Hauen wir ab! Worauf wartest du? Komm schon! Was macht der Fall Shelton? Wir gehen darauf ein. Die haben ein Mädchen getötet? Etwas Gerechtigkeit ist besser als gar keine. Erklären Sie das dem Ehemann. Nein, das versteh ich nicht. Durch Darbys Aussage landet Ames in der Todeszelle. Was? Die Geschworenen werden mir glauben. Der Deal ist durch. Tut mir leid. So funktioniert unser Rechtssystem nun mal. Eigentlich sollen Hinrichtungen völlig schmerzfrei verlaufen. Doch hier ging es zu wie in einem Horrorfilm. Die Maschine war manipuliert. Aber durch wen? Ich habe deinen Freund Ames im Knast umgelegt. Denn ich will dich ganz für mich allein. Wahnsinn, wie schnell dein Herz rast. Meinst du auch? Haben Sie Claire und Starby ermordet? Er hat meine Frau und mein Kind getötet. Wir sind fertig. Herr Anwalt! Sie sollten Ihre Verabredung mit Richterin Roberts um halb eins lieber absagen. Hallo? Ihnen ist doch wohl klar, was Sie dafür büßen werden. Sie sind doch spezialisiert auf Deals mit Mördern. Jetzt bin ich an der Reihe. Lassen Sie mich frei. Und wenn nicht? Dann wird keiner überleben. Er ermordet Menschen, obwohl er im Gefängnis sitzt? Ich habe ein paar Zahlungen vom Verteidigungsministerium entdeckt. Womit haben wir es hier zu tun? Vielleicht ein Spion? Spione gibt es wie sollte man mir. Leid ist ein Genie. Ihr Best. Wenn Kleid sie umlegen will, sind sie tot. Die Stadt wird hermetisch abgeriegelt mit einem bewaffneten Polizisten an jeder Ecke. Er sitzt im Knast, weil er das so nimmt. Ich lasse das ganze System über euch zusammenkragen. Das war eine Katastrophe von biblischem Ausmaß. Sie hören jetzt auf damit. Ich bin doch gerade erst warm gelaufen.